Was ist los? Falta! Todas poste! Echt ein großes Kino, was die da leistet. Guten dia und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Eigentlich wollte ich ein lustiges Video machen. Es wird auch ein bisschen lustig. Allerdings hatten wir tatsächlich den schlimmsten finanziellen Schaden erlebt. Man sieht es auch, ich bin gerade im Büro, die Unwetter halten an. Mittlerweile seit fast zwei Monaten. Also fast jede Woche haben wir irgendwas. Ich wünsche euch trotzdem ganz, ganz viel Spaß beim Video. Es wird ein bisschen lustig sein. Und ganz am Ende vom Video erzähle ich euch dann, wie es weitergeht. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Ja! 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 Haus Hermann Grün, Casa Robi, das ist von einer anderen Zwei-Sport-Vereine, wo ich früher gespielt habe. Und Luna putzt, renoviert, macht alles, die ganze Hagelschäde beseitigt er. Das gelbe Haus hat es halt brutal mitgenommen. Jetzt haben wir komplett neuer Putz drauf gestrichen. Und ja, der Luna hat gesagt, bis Samstag, also heute haben wir Dienstag, bis Samstag hat er das Ganze, oder die alle vier Häuser dann fertig, wie auch sie dann erschaffen in Brunner Putzer. Die Dächer sind gedeckt jetzt, das wird heute noch fertig. Morgen kriegen wir wieder Regen und dann kommen wir wieder zum nächsten Problem. Wir liegen schon vier Wochen zurück und wir kriegen jetzt nächste Woche nochmal Regen, beziehungsweise die Woche jetzt am Morgenmittwoch. Und dann nächste Woche soll es komplett durch Regen. Das Problem ist halt, dass wir wirklich vier Wochen hinten dran sind und die Häuser müssen fertig werden. Casa Neha ist innen drin komplett verputzt. Die anderen zwei Häuser werden gerade innen drin verputzt. Ja, müssen wir jetzt gucken, wie wir da am besten vorgehen. Und die Rubens, also Rubens Senior und Junior, habe jetzt den Gehweg soweit vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, weil ich jetzt sowieso so einen Haufen, so viel. Und da schaut mal hin, der Ruben hat es komplett sauber gemacht. Und wir machen jetzt einen Camino, also einen Gehweg. Da geht ungefähr zwischen den zwei Palmen. Dann geht es rüber und dann geht er hier entlang ganz durch zum Parkplatz. Und alles wird jetzt dann mit Rasa eingesät. Die Palmen kriegen dann so Kringel mit Steinen, die tun wir dann bestreichen. Dann kommen die Lichter rein, dann kommen die Chappas rein. Und dann haben wir es. Und ich muss den Ruben immer loben. Muy gran trabajo. Si. Es no facil. Calosito también. Windstill und Arbeiter sind gerade gegangen. Heute haben wir Montag. Die Rubens haben unsere Palmen eingefasst. Mit den grauen Steinen hier. Und das wird am Morgen aufgefüllt mit Erde. Und dann kommen die Chappas rein. Und dann die Lichter. Das heißt, dann wird es oft ein bisschen bunt. Wir wollen die Lichter nehmen mit, ja, die bunten Solarlichter. Und dann die Farbe wechseln. Das heißt, dann hat jede Palme und Apache dann eine andere Farbe. Und so sieht das Ganze aus. Und wir wollen zuerst eigentlich einen Gehweg machen hier. Entschuldigung. Der wird eigentlich nie genutzt. Jetzt haben wir gesagt, gut, dann sparen wir uns das Geld. Ich mache jetzt die See-Rase rein. Oder rase ein. Und ja, mache die Wege dann vor an die Straße. Und weil die meisten laufen wirklich alle auf der Straße. Also da ist abends dann, wenn dann die Michelle draus ist mit Leandro. Ein China-Wagen. Ja, sieht gut aus. Doch, wenn sie gut macht, die Jungs. Alles los. Falta. Todas poste. Todas poste. Es... Boah, fuck. Baka. So, jetzt war gerade Ande da, nachts. Da vorne stehen sie noch. Die habe jetzt... Luis, zeig mal. Die habe jetzt die Sicherung rausgemacht vom Transformator. Dass jetzt hier haben wir dann auf der Leitung kein Strom mehr drauf. Einfach zur Sicherheit, weil es soll ja regnen. Und die Leitung, da gehe ich jetzt gleich hin mit euch. Die liegen auf dem Boden. Und... Warte, Luis. Ich mache ganz kurz zu. Ja, dass wenn die Hunde oder unsere Kinder hier rumrennen. Aber ich zeige euch gleich mal den Baum. Dass wenn die jetzt rumrennen. Oder auch unsere Gäste, die da sind, dass das nichts passiert. Dass die keinen Stromschlag kriegen. Also, das ist der... Jetzt muss ich gerade mal zählen. Eins, zwei, drei, vier. Der vierte Poste ist noch okay. Und jetzt... Ne, der fünfte auch. Aber ich glaube, der muss ausgetauscht werden. So, gehen wir gerade mal hin. Ja, es gibt immer so, im Leben immer so Sieg und Niederlage. Das Problem ist, immer bleibt man nach der Niederlage liegen oder steht man wieder auf. Und... Ja, das Land passt richtig gut zu mir. Das sind richtige Herausforderungen. Und ich stehe immer wieder auf. So, da liegt der. So, und dann ging es hier rauf. Und hat dann hier oben das Kabel zusammengeschlagen. Und da sieht man es, ne? Ja. So. Und dann ging das weiter. Und dann ist das... Achtung, es kommt auf! Durch! Und dann ist das Kabel dermaßen gespannt gewesen. So, jetzt schaut euch das mal an. Da liegt jetzt der andere Poste. Und wir sind gerade fertig mit einem Renovierer diese Woche. Vor allem von der Hakelschede. So. Komplett rausgerissen. Scheiße. Äh, genau. Wir sind gerade fertig mit dem Renovierer von unserer Hakelschede. Und jetzt haben wir ein richtiges Unwetter gehabt. Es sind auch hier in Enkarnasson Leute gestorben. Deswegen, wo ich das Gläser habe. Vor allem will ich mir gar nicht beklagen. Alles gut. Ähm. Also der muss auch neu gemacht werden. Der ist komplett... Ja, wir kommen jetzt auch nicht raus, ne? Bei einem Notfall oder irgendwas. Also weil die Strasse komplett versperrt ist. Da vorne mit einem Baum. So. Und dann geht es zum letzten Pfosten. Hier unten. Ich weiß nicht, ob man das alles sieht. Ähm. Hier. Ja. Jetzt sehen wir mal, was für eine Kraft das Ganze hat hier. Das ist der Wahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn. Wie gesagt, äh. Mund erputzen. Aufstehen. Krönchen richten. Und weitermachen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Jetzt, morgen früh, machen wir den Baum weg. Und, äh, sie gesagt hat sich morgen morgen und bringen gleich neue Pfosten mit. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir Internet haben und alles. Na ja. Alles klar. Wünsche eine gute Nacht. Bis dann. Ciao. Guten Morgen. So. Heute haben wir Dienstag. Hab jetzt die Bilder gemacht. Gehen jetzt zur Municipalidad. Und das sieht es halt aus. Ja. Na ja. Fangen wir an mit der Aufräumarbeit. auf dem wegamenten. Ach какая. alt. Musik Die Jungs von der Ande sind heute Nacht gekommen und jetzt, der eine hat heute Nacht die ganze Zeit geschaft, dem blauen T-Shirt. Und jetzt machen sie unsere Proste. Also nennen wir zwölf Stunden Respekt, Leute Respekt. Echt großes Kino, was die da leisten. Mega toll Jungs, toll organisiert. Und jetzt Mund erputzen und weitermachen. Wir schaffen weiter. Bis dann. Liege ich mir leid. Ja, ich habe gesagt, wir haben wirklich zu kämpfen mit den Witterungen hier aktuell in Paraguay bzw. hier in Südparaguay in Encarnacion. Es ist nicht mehr normal. Also die Leute sagen es auch. Es ist wirklich nicht mehr normal momentan. Also wir haben tatsächlich den El Niño, den Super El Niño. Und das Ganze soll weitergehen dann bis Dezember. Nichtsdestotrotz haben wir am Samstag in Camden del Paraná unser Motorradfisch. Da werde ich wieder berichten. Und wir bekommen neue Los Locitos. Das heißt, auch da gibt es was Neues zu berichten in Zukunft. Da freue ich mich schon ganz, ganz drauf. Ich bin ein bisschen heißer. Wie gesagt, ich habe kaum geschlafen die letzten Nächte und viel gearbeitet draußen am Grundstück. Ja, also es wird spannend. Bleibt dran. Wir haben Material für euch in Zukunft. Bitte bleibt gesund. Macht es nicht so wie ich. Und ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Und ich denke, Samstag kommt das Video aus. Das heißt, vielleicht sehen wir uns ja später auf dem Fest in Camden del Paraná. Bis dann. Ciao. Bis dann.